Herzlich willkommen zu einem kurzen Ausflug in die Welt der Rapsernte. Dies ist die Geschichte über einen Mainstein im landwirtschaftlichen Jahreskalender, den ihr aktuell auf unseren Feldern beobachten könnt. Der Raps ist mehr als nur eine Pflanze. Er ist das Symbol des Frühlings und ein wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung und Energiegewinnung. Doch ohne eine sichere Ernte erhalten wir keinen guten Ertrag. Die Ernte von Raps ist jedes Jahr aufs Neue herausfordernd. Die Pflanzen müssen genau im richtigen Moment geerntet werden, wenn sie ihren Höhepunkt an Nährstoffen und Ölgehalt erreicht haben. Begleitet uns auf dieser Reise durch das Goldene Meer der Rapsernte, einem Prozess, der uns dabei hilft, hochwertiges Rapsöl und nachhaltige Energie zu liefern. Von der Aussaat bis zur Ernte entsteht hier die Qualität, die wir alle schätzen.